Ah, heilig! Gut, dann mach ich das eben mit den Orcas. Warum geht ihr nicht kaputt, wenn ich auf euch schieße? Was ist denn das für eine Baggerei jetzt? Naja, die Orcas machen das schon. Jetzt könnt ihr ihn kaputt machen, jetzt? Jetzt geht's. Merkwürdige Sache. Sehr, sehr merkwürdig. Egal. Bewegt euch. Und im Prinzip ist die Runde jetzt vorbei. Wo, im Prinzip kann ich sagen, die Runde ist vorbei. So, kommt mal her. Kommt her. Ich würde lieber noch mal eins langsamer. Und halt dich da erstmal auf. Ach, mir egal jetzt. Was verliere ich denn da dauernd? Stopp den da mal. Ruhe da jetzt. So, Mission ist vorbei. Ende hier jetzt. Na komm. Oh, ich hab so viel Gruppierungen. Ausradieren. Ich komm ganz durcheinander. Ah, das ist immer wieder lustig, wenn so Dutzend Mautpanzer gleichzeitig hier Raketen auspacken und... Wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Schreiben brauchen wir nicht. Egal, wir stellen wieder eine Nummer höher. Schneller. Jawohl. So soll's das aber so langsamer gewesen sein. Konstruktion fertig. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Na ja, gut, wieder oben noch und dann... ...war's das hoffentlich immer. Zzzzzz. Mann, war der ernst. Oh, okay. Gut, das war's dann. Wir ratieren noch die eine Gruppe aus und... Und da steht noch einer. Es war so klar, dass ich den übersehe. Ich muss den einfach übersehen. Allein, weil ich den vorhin schon gesehen hab. Nein, deswegen muss ich den schon übersehen. Das ginge gar nicht sonst. Oben steht noch einer. Heißt doch, das war... Komm, bläh. Blas den mal um. Jetzt aber. Ja, geh doch. Ja, genau. Den Panzer haben wir ja auch im Spiel, klar. Gut, Not hat den Panzer, ja. Naja. Mehr als solche Gegenfall kann der auch nicht. Der wird schon halb vom Mammut-Panzer plattgefahren. Was heißt halb? Der wird vom Mammut-Panzer plattgefahren. Zumindest fände ich das irgendwie realistisch. Wenn der Mammut einfach über den kleinen Not-Panzerle da drüberfahren könnte. Und über das Not-Modul, über so ziemlich alles andere. Außer Gebäude jetzt mal, aber sonst. So, das war die nächste Mission. Also, jetzt Höllenzorn. Was kommt als nächstes? Infiltrier. Die schauen wir uns noch kurz an. Äh, äh. Bla, bla, bla. Oh. 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 Ohoho, sehr nett. Wir haben also nicht viel, da musst du verteidigen. Und da steht unser Sammler. Na, das sieht schon wieder nach einer lustigen Mission aus. Oh, ich zeige es jetzt. Oh. Oh, das ist nicht nett. So, jetzt habe ich es euch gezeigt, hä? Damit habt ihr nicht gerechnet. Okay. Okay. Sieht schon wieder nach einer sehr lustigen Mission aus. Sehr lustig, ja. Egal, die werde ich auch nicht mehr spielen. Nein. Ich werde es jetzt, glaube ich, missionsweise immer spielen. Ne, was kommt danach noch? Also, infiltriert, Datenübertragung, Primärze, Glückwunsch, Schmiedhuderwinkel. Die zwei sind einfach. Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass sie schon auswendig kennen, halber. Äh, die kenne ich überhaupt nicht. Doch, da habe ich mal kurz reingeguckt. Das war recht lustig. Ja, gut, dann kommt die da. Keine Ahnung, wie schwer die sind. Hm. Not 1 und 2 fand ich recht schwer. Also, 1 ging, war ziemlich einfach, glaube ich. Aber Not 2 war recht anspruchsvoll. Und die PSX-Variante kenne ich wieder überhaupt nicht. Gut, das habe ich aber schon öfters erwähnt. Würde ich sagen, das war's für euch. Auf Wiedersehen. Gut, das war's für euch. 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 Gut, das war's für euch.